und er hat auch mit zurück zur arbeit ausgeladen ich möchte auch mal deine spielen also wenn du mich nur sterben lässt und nicht total stehen das ist okay was sehen willst kann ich verkraften und zwei gebäude ich bin zu verblatt ich bin das spiel weiter ich habe eine sicke map ich mache fc meine mutter geht bis hier und die auto ist hier das ist die seite frei hält habe ich echt das in die andere richtung sind also ich habe hier vorne zehn teils zu bauen dieses all wo bist du wirst links von mir krass bist du weit weg ist das gar nicht mehr ich habe eine gute mapp, wenn du eine gute mapp warst kannst du auch fc gell? wie sieht es bei dir aus schmanz schmanz? ich habe eine sehr gute mapp sagst du gehst auch fc? ne ich geh schon aus ich muss sehr viel wollen ok dann kriegst du das gas von mir das ist doch kein deer ich bin schon auf dir ich bin nie auf dir auf dem ort echt sind halt auch wieder nur 15 teils oder so entfernt von mir ich bin instant auf dir gegangen mit einem schaf gefutterte drauf oh nein ich habe drei teils mehr zu bauen grüß gegen fat man das ist nicht gojara rauf tut dort rauf auf w w w w w w w w w vor allem ich glaube ich zweiten dirpatch den ich nehmen kann direkt wie viel willst macht man denn fc 20 wird schon normal gehen also gar 26 oder ich kann cash x gehen aber du bist ja ganz spannend war kev archer was spielst du willst du archer spielen oder was frage ist kassel drop zu schlecht so langsam also ich bin wahrscheinlich ist das schon schwächer oliver kahn ist in der mitte ja das außen das meinte ich meine ich bin damit also an dir wir haben auch zum spiel sogar er hat hier oben hier sind seine schafe drin also war würde sich lohnen das ist wahrscheinlich zu spät für dich ja ist zu spät da werden die wir jetzt geplockt wie ist deine map kannst du dich wollen ja ja ich kfc ich sehe hier ein einziges teil nicht ob hier zu ist aber ansonsten ist von hier bis hier zu ich gucke ich gucke selber ob das teile das sehe ich ja besser aber dann müsstest du nur zu der woodline wollen wo du am holz bist ja da ist zu also bist du am holz ist zu ja oh hier meine rangers in scouts oder er hat einiges auf dem bären hier ist eine woodline und der zwei rangers hier vorne ich habe schon bock wie ich schnelle abplätze da so zu machen 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 Bei Archerkampf vor, Gaut. Und hier gleich? Wobei im Moment, die haben hier Inkappen mit... Hier vielleicht kann man trotzdem Doppelrange. Kommt er vielleicht oder so? Das ist Müller-Turgau, oder? Ja. Machst du Scouts? Äh, ich bin mir... Ide, Baracke... Macht er Eagles? Doppelkaserne. Doppelkaserne, okay. Ich glaub, Kashix sollte ganz gut sein gegen Eagles. Ja. Ich muss einfach nur mal hinten bleiben. Da kommt die Archer. Bist du fein bin? Ja. Äh, ich bin fein. Da... Ich hätte euch da nicht geräutert. Jetzt kriegst du auch gedeafft. Ja. Oh shit. Der macht Fue... Der macht Fue... Der macht Fue... Der Zürger hat auf mit Scouts, weil wir uns auf den Weg hin gebaut. Fue... Der Zürger hat auf mit Scouts. Fue... Was hast du gesagt? Der Zürger hat nur drei Scouts. Soll ich rauskommen, oder? Keine Ahnung, ich... Ich werd halt jetzt... Äh... Bist du Volt, Panda? Äh, ja. Aber ich bin noch draußen. Hier oben ist ein Teil offen, ne? Das weiß ich nicht. Doch, da musst du ein Haus bauen. Ah, ich... Ich baus für dich, okay? Ja, jetzt draußen. Ich baus für dich. Äh, hier sind die Scouts. Das ist alles, was... Ja, hier sind die Archer. Äh, soll ich die Klappen kommen? Gerne. Hast du Karton? Ja. Kann ich raus? Die sind beide... Die sind beide hier. Wie viel... Kann ich mit meiner Channel hin, oder? Komm, ich komm, ich komm. Da, wo die Leiche ist? Leidest du? Bin hinter dir? Und wer läuft nach rechts zurück? Ach, shit. Kebix? Bitte? Äh... Die Archer sind hier, die Eagles sind in meine Base durchgelaufen. Aber wir können halt nichts machen. Was ist jetzt gewault, oder was? Ja, ich hab's gewollt. Muss meinen Namen ansprechen, sonst raff ich's nicht. So, ja. Schutz. Ähm... Ja, ja, das ist die Archer. Also... Ich würde lieber reingehen. Du verlierst... Ja, das Problem ist also... Ich kann sie nicht dran hindern reinzukommen. Ich versuche, um dahinter zu fahren. Also... Dann... Ja... Das ist alles gecleared von ihm. Nee, 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 nee. Das ist ja vollkommen. Hast du Upgrades? Ja, er aber auch. Er hat mehr als ich jetzt gerade. Also ich beherfolge ihn hier. Ist er drin bei dir? Ja, da sind ich. Wir kommen jetzt raus. Ich glaube, die waren zu mir weiter. Eagles alle gekillt. Weiter. Der hat noch nicht mal Bloodlines drin. Der hat nämlich gerade gekillert. Die sind wahrscheinlich abgehauen. Bis nach Hause. Ah, war nicht so gut von mir. Ich habe nicht gedacht, dass er mein TC divet mit den Eagles. Aber ich habe nichts verloren. Nein. Brauchst du noch Hilfe? Wir laufen jetzt wieder in deine Richtung. Jetzt mal was zuzumachen. Oh. Reinlocken, nicht reinlocken. Nein. Oh shit. Oh nein. Das habe ich gar nicht gesehen. Denker ist ab. Willst du rein? Das ist nicht. Ja, komm. Lass noch ein bisschen Gold noch kurz hinten. Okay, jetzt geht's zurück. Geh raus, ich raus. Geh zurück. Oh, ich hole mir die Snacks. Die sind ab. Oh. Hab jetzt erst ausgeklickt. Das ist so ein Problem. Ich muss auf plus zwei Ideln, oder? Ich glaube schon. Oh, Achtung. Oh, warum macht er keinen Botkin? Nein. Aber jetzt, ich hab meine Bilder, oder? Jetzt ist er echt weg. Jetzt ist er echt weg. Geiler, grad plus zwei. Vorsicht, 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 vorsicht. Das war typisch. Ja. Ich hab nur vier auf Gold. E plus zwei ist Teosch drin. Ich hab Ballistik. Ich kann mal versuchen, ein bisschen... Na, da hat er einen Fertplitter angegriffen. Ja, ich glaube Ballistik. Ja, klar. Double ist. Ja, da kommen jetzt Elis und Archer. Elis? Ja. Was ist denn noch auf Gold? Viel zu wenig auf Gold. Ach, mein Garlis kannst du morgens enden, oder? Nee, nicht wirklich. Also, ich hab... Was? Schon nichts. Weiß ich nicht. Ich mach grad ein Stable auf jeden Fall. Mit Bloodlines vielleicht. Ich idle grad seine Echo. Auf die neuen TC. Oh, komm, ich fighte. Ah, Eagles wollen mich clearn. Gold. Okay, wir hätten, glaub ich, viel früher fighten können? Oh Gott, wir sind jetzt hier. Ich bin mega viel bei dir. Ich versuche die irgendwas mal zu kriegen. Also die Eagles sind alle zuhause. Oder nicht alle, aber einige. Ja, wir haben alles gerade gecleared. Pass auf, da kommen jetzt die Crosse auf. Ah, ich wurde gecleared von den Scouts, ja. Alles noch offen? Ich bin Littauer, ich brauche eure Revicium. Ah, er hat es nicht zu bekommen. Okay, dann habe ich es gut bei Geld genommen. Ah, das ist nur so gut. Ah, das ist nur so gut. Lauf, Baby. Ähm. Fütze picken. Ah, hier sind sie. Ich weiß ja nicht, ob ich euch überhaupt tellen kann. Hier gibt's an oben. Ja. Ich kann auch nicht versuchen, den Gegendor zu machen. Krass, wie die sie schreddern. War doch nicht schlecht, oder? Ja, deine Keschik sind gut, oder? Ja. Einzige Problem ist Production, so ein bisschen. Ja, ich kann nicht sagen, nein. Jetzt ist der da schnell rein. Das machen wir. Gecheckt. War? Äh, ich bin dead. Ich frage, ob wir Damage da reinkriegen bei ihm. Wir können auch zur Mitte gehen. Krieg auf jeden Fall Schaden noch bei ihm, Ralf. Ah. Ich frage, ob wir da, wo 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 wir da Oh Gott, ach das Haus nicht, das eine Haus. Die geht von oben. Da kann er nichts machen. Ist das safe sogar bei TC oder so? Zwei TC hat er. Ah fuck, da sind noch Elefanten. Willst du wieder raus? Ne, meine Archer sind wenigstens mehr besser. Ok, das ist echt bitter. Ich hab gedacht, dass er so viel Archer hat. Aber ich muss mal... ... 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 Er hat aber Lasten gedrückt, auf jeden Fall. Jetzt in einer Sekunde Imp. Können wir Rock'n'Roll machen. Ihr könnt aber nicht swingen, oder? Theoretisch schon. Ich frage, was sinnvoller ist. Also, wenn ihr... Doch, seid ihr killen, oder? Ja, wir können nicht beides, also. Wir können killen. Und Orangene Arps sind hier auch. Achso, weil ihr da drüben wart, ne? Ja, okay, sorry. Aber dann killen wir eben jetzt komplett. Lass die Burg ignorieren, du kannst da Traps machen. Ich war einfach mit Infanterie. Burg kill? Ja. Also, ich kill die Burg, du kannst ruhig rein gehen. Das wäre echt gut, wenn du irgendwie auf unsere Leute rein gehst. Wahrscheinlich ist es sogar besser, wenn wir zusammen auf die Burg gehen. Ja, so wie du denkst. Ja, also. Äh, Spritstoff-Kammer-Jucks. Talowski. Love it. Ich glaube, die Burg müssen erkennen, damit ihr nicht aufs Neuberg kommt. Ja. Das ist nicht ganz unwichtig. Es kommen Dings von hinten, ne? Habt ihr gehört? Wo? Was heißt von hinten? Also... Kammer-Jucks, äh, von lower pocket. Äh, der ist Castle Age. Ah, der ist nicht gekommen. Ah, das ist eine gute Idee mit dem Party-Kill, ne? Wenn er dich lässt. Äh, Philipp kriegt noch ein Reliquier von... Ah, ich könnte mir überhaupt die von Orange machen. Ich schick mal zwei Menschen zurück runter. Ja. Ja. Das ist eine gute Scharren. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr. Und dann muss die Killen gehen für dich. Oh, die Burg. Ah, Mann. Ich raff das doch nicht, wenn ihr nur sagt, das geht nicht. Ah. Ja, dafür ist nicht der Ex-Metal. Sag meinen Namen! Say my name Das geht nicht Wir müssen hier aufmachen oder hier durchkappen Womit's Camels auf und mit Jarrah Was spielt denn der Gelbe für Units? Oh da sind Camille, Heavy Camels Oh das sind Camille, Heavy Camels Womit's Camels auf und mit Jarrah Womit's Camels auf und mit Jarrah Das ist nicht so viele, ich glaub das nehm ich noch. Von was Anti... Kann jemand Storms nehmen? Ja. Kann jemand halbs gehen. Ja, ja. Ich kann halbs spammen. Danke, danke, danke. Ah, da kommt noch ziemlich viel hinterher. Die Jara-Camps sind schon stark. Ich glaub ich muss halbs wechseln. Ich brauch, ich kann voll halbs spammen. Kannst du hier rüber spammen? Ja, ich hab schon Krasender. Okay, weil dann, ich glaub ich... Mach einfach Hardcore-Hustler-Sperm. Okay, das krieg ich noch hin. Was ist da? Kann ich die Reliquien haben? Nimm doch einfach die scheiß Reliquien. Ja, er hat hinz, ja. So. Ich hab' die Klasse. Aber die Burg getroffen, Schuss. Oh, Elefanten. Versuchen wir zu reparieren. Die hing, ja. gegen entfanden hab ich aber auch nix das sind die arps die exposer kill was ohne gold was bist du an sich die kamele waren halt geil wenn du ein gold in der brille kommst vielleicht ich werde froh sein wenn ich halt die text durchbekommen die burke reparieren die halb hoch noch keine extra rest ne die hinten kann sein oh shit da kommen kaum jux hier sind slinger dick viele elefanten und flammy camels bauen und 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 Achtung, da kommt ein Blutflug. Geh weg. Muss mein Name sagen. War nicht dein Name? Aber ich musste da auch weg. Ich hab da nicht daneben es gesehen. Ja, wenn jemand trappen, musst du da weg. Willst du das fighten, oder? Kannst du dir die Reliquie mit reinholen? Ja, manchmal Minutes kosten mir halt nix. Eine Halt. Dinger sind so unangenehm. Ja, gegen die hab ich ran. Also, Dinger ist kein Problem. Vielleicht können wir es zu falten. Dann brauchen wir noch mehr Traps und dann, äh, das ist hier noch Halt. Er wechselt auf Diskuswerfer. Ja, hab ich auch schon gesehen. Weißt du nicht, was wir dagegen machen? Äh, ich würd sagen einfach mehr Skarven. Hast du hier nochmal deine Armee? Hier? Ja, ich hab halt, äh, ich glaub du musst, äh, nee, ja. Ich brauch hier was gegen das Dinger. Vielleicht kannst du da mal ein paar Kameos aus dem Dinger. Äh, Dinger. Ja, das Kassel geht durch. Shit. Ja, komm. Mit einem Holz kann gleich ein bisschen Gold geben. Ich brauch hier was gegen Kamele. Die erste Bumpdown, oder? Ein paar Flaming Camels. Ich krieg dir, ich pulz hier wieder Alps. Ich nehm Holz. Äh, hab ich. Fuck, da. Ah, das ist falsch. Das hilft. Ich kann ein bisschen, ich kann ein bisschen Gold geben. Kann jemand Gold gebrochen, ein bisschen? Äh, nee, ich Gold hab, ich hab sogar genug Gold. Ich will aber noch kurz auf Paladin warten, bis ich ein bisschen Traits hab. Also Sheva-Tech kommt. Skarswitch. Äh, das kriegen wir auch. Hier ist Zwickviel Stein. Für die Stein-New-Boys. Äh, ich Trap das gleich runter, die Skarsel. Ja. Wir haben hier aufpassen, der spielt auch alles. Wenn wir kurz Hypes-Masse kriegen, kann ich mit Traps da drauf kommen. Äh, ich kann Gold nehmen, Philipp. Äh, warte, äh, hier. Topski, ich geb dir Gold. Nimm mal die und sammel das Gold, bitte. Und ich hab noch. Kamela oder soll ich Halbs trecken? Kamela. Der Traits startet jetzt. Also niemand braucht Gold? Ich, ich, Topski. Also, ich hab gar nichts, aber es ist halt... GG? ...gibt's erst anderen. Easy carrying, Philipp! Ja, war doch klar. Wir haben uns so weiter gewonnen, ihr eure, ne? Junge, Junge. Der Start ist echt bescheiden. Aber dann irgendwie... Habt mir das denn geredet? Komm, irgendwie nicht so viel. Also... Aber er muss einfach auf Samurai gehen. Ja, er muss halt... Er muss einfach auf Samurai gehen mit seiner Lo-Eco. Und dann... Er muss halt von vornherein wissen, dass er gegen unsere Samurai bauen muss. Ah, gut. Und dann muss er dann auch anders spielen. Heavy-Caf-Archer oder so, oder? Ja, für den Moment... Also Samurai hätten mich eigentlich abgerissen. Sind Champs und Heavy-Caf-Archer nicht deutlich... Ich glaub, wir gehen einfach egal, was sie machen. Ja, aber das war ja nicht. Du musst ja erstmal auf die Switch nehmen. Gut, das hätt ich halt machen können. Anstatt auf weitere Castles dann in M zu gehen. Also... Als wir dann gesagt haben, oh, wenn der Samurai macht, sind wir dead. Er hätt ich switchen können. Wahrscheinlich wär's aber okay, weil ich gegen Samurai auch Jams halt wirklich gegen kann. Genau, also ich glaub, Jams und Heavy-Caf-Archer haben die keine Antwort drauf. Linger. Und... Ja. Da kommen halt ein Hussar. Ja. Da spring ich einmal rüber. Krasse, ich weiß nicht... Also ich glaub, wir hätten früher jumpen müssen auf unserer Seite zu einem Skate. Ich hätte so lange Scout-Vorteil plus das richtige Upgrade. Und dann irgendwann nicht mehr. Und da... Und da hat er auch zu viel Archer, als ich jump bin. Das war schlecht. War nicht gut. Da haben wir's geworfen ein bisschen. Seitdem hat er halt auch viel mehr Numbers als du. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich wieder dritte Range auch vielleicht geedit hat. Ich mein, er war super spät ab und eigentlich macht das gar keinen Sinn, dass er so spät ab ist. Weil er halt gut Java ist. Achso, ja. Der hat zwei Rangers da stehen wahrscheinlich schon. Ja, das ist halt die Frage, ob der auch in Fuel halt schon dreht. Ich glaub schon. Der hatte echt viele Numbers. Und das war nicht nur, weil wir den Fall zu verloren haben. Dass der einfach da unter meinen TC gerannt ist, ey. Unfassbar. Und dann? Mit Eagles? Äh, genau. Die haben halt gesehen, können nix machen. Da ist er mit seinen 20 Eagles einfach durchs TC gelaufen. Aber er hat nichts gekillen können. Ich hab dann alles mit drei Cash-Hicks wegrasiert. Haben Cash-Hicks ein Gespräch gegen Eagles? Ich glaub nicht. Weil die haben halt 100... Also, 100 haben sieben Cash-Hicks, 30 Eagles gekillt. Es waren wirklich... Da war ein Archer dabei, aber das... Ja, also es waren neun Cash-Hicks. Und als ich da gesagt habe, Junge, die sind ja wirklich OP, hatte ich echt noch sieben. Und der hatte ja wirklich, wie du sagst, 40 Eagles oder so. Der konnte, als wir in seine Base reingelaufen sind, hat es auch nur acht oder so? Genau, das waren neun Stück. Ja, das war neun Stück, ja. Das war krank. Hab halt 130 HP, plus zwei, plus zwei gehabt. Das sind halt die Upgrades. Die haben halt richtig rein. Und der hat halt plus drei gegen Cash, aber... Aber ich hab halt mehr HP als ein Knight. Koste weniger. Kriegst auch noch Gold dafür. Ich mach auch noch Gold. Warte mal, ich brauch ein paar Gold-Villager. Oh Gott. Naja, ich bin erstmal raus. Bis später vielleicht. Ciao, ciao. Aber die hatten halt echt zwei extra Golds hinten, ne? Und wir gar keins. Das ist krass. Das ist krass. Ich glaub, ist das nicht... Greifen die nicht so ultra schnell an, die Asics? Oder greifen die normal an? Ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass irgendeinen Bonus müssen wir haben. Aber vielleicht sind es halt von den Stubs. Greifen sogar langsamer an als Knights. Nee, alle haben keinen Bonus. Haben keinen Bonus drauf. Also Arm hat er auf jeden Fall gehabt. Er braucht doch plus drei gegen Kammeri. Das ist der Bonus. Nee, wir meinen den Cashick-Bonus. Ah. Nee, Cashick haben keinen Bonus. Cashick haben keinen Bonus. Und ja, es hat sich wirklich lächerlich angefühlt. Weil komplett outnumbered. Ich dachte so, ja gut, ich patrouliere halt rein, damit Philipp besser ein Fight bekommt. Alle Eagles weg. Ich hab noch sieben von neun Cashicks. Hattest du nicht gesagt, dass du ne gute Map passt, Schultz? Ja, war doch gut, oder? Ich hatte meine Map an. Ich hatte halt echt wenig zu brauchen. Ja gut, du warst halt komplett safe. Aber also ich musste... Also guck mein Starter-TC an, bei der Burg. Guck sie schon nicht. Aha? Ich bin gerade im Replay schon drin. Ach so, ja gut. Ich hab da halt bei der Mühle so ein bisschen zum TC gewollt. Und dann vom TC noch kurz die drei Teils. Okay, ich würde niemals dieses Jurt mit holen, ne? Das was? Das Haus, warum? Sind die überhaupt so schlecht noch? Ich hab da halt hingebracht. Ja, ja, die sind schon schlecht. Ja, aber die haben noch 0-0, oder? Weil die Häuser haben doch im Fudal Age noch weniger. Ja, jemals.